Finden Sie vom Datenchaos zum Datenschatz. Erfahren Sie, wie eine gelungene Datenstrategie Ihren Unternehmenserfolg nachhaltig steigert. Einblicke, Erfahrungswerte und Tipps gibt es von den Datenexperten Michael Jungschläger und Sven Göllner. Wo man vielleicht auch mal um die Ecke denken muss. Mit großer Wirkung. Gute Sachen. Bereit zum Durchstarten? Wertgeschätzt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wertgeschätzt. Und ich habe wieder mal einen Gast, der schon mal bei uns war. Und das ist der liebe Christoph. Und zwar ist das der Christoph Hein. Lieber Christoph, stell dich doch mal selber vor. Und dann starten wir, glaube ich, auch direkt mal in die Themen. Sehr gerne. Also Sven, schön, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin der Christoph Hein. Ich bin aktuell bei der DB Süßle beschäftigt im BI-Umfeld. Ich mache dort vor allem Planungsprojekte mit Themen 1 oder heute IBM Planning Analytics. Und nebenbei bin ich Bark Fellow und in Kooperation mit der Bark betreue ich den Ökosystem Guide für IBM Planning Analytics. Und bin auch sonst ganz umtriebig in der BI-Welt unterwegs. Ja, also das muss man da wirklich sagen. Wir haben ja schon eine Folge zusammen gemacht. Die kann ich auch nochmal nennen. Das war die Folge 58. Titel war damals, wie TM1 die DB AG bei ihrer Planung unterstützt. Und da haben wir wirklich Planung wirklich im Detail nochmal so ein bisschen diskutiert. Also wer sich mit Planung beschäftigt, auf jeden Fall reinhören. Heute wollen wir das Thema aber ein bisschen umdrehen und sprechen heute über Business Intelligence und Data Warehousing. Und da hast du ja ein paar Themen mitgebracht. Und da wollen wir heute so ein bisschen einstellen. Aber wir müssen aufpassen. Da sind ja ein, zwei Buzzwords drin oder schwere Begriffe, würde ich mal sagen, die, glaube ich, nicht jeder versteht. Und die brechen wir, glaube ich, heute mal runter, sodass die auch von Nicht-IT-Experten verstanden werden. So, was haben wir uns überlegt? Also wir haben gesagt, ist OLAP für BI noch zeitgemäß? Ist ja ein Thema. Das war auch von dir, glaube ich, gewünscht. Herausforderungen im Recruiting von BI-Experten im aktuellen Arbeitsmarktumfeld. Da könnt ihr berichten. Da kann ich aber auch berichten aus unserer Sicht. Ökosysteme im BI-Umfeld, also sind das Projektbeschleuniger oder vorgefertigte Lösung. Dazu gehört ja auch Make-or-Buy in den Bereichen. Und ganz provokant, Tableau ist der. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Also ich habe eine Meinung dazu. Du hast sicherlich auch eine Meinung. Dann werden wir, glaube ich, mal ordentlich diskutieren. Aber es geht ja eher um das Thema auch Safe-Service BI. Genau, also das ist ja mehr so ein, sagen wir mal, die Headline, um genau das Thema zu adressieren. Genau, aber da kommen wir, glaube ich, ganz zum Schluss. Und sollen wir mal mit dem Thema OLAP starten? Was ist das für dich überhaupt? Und wie würdest du das für dich beschreiben? Ich habe eine Definition, aber ich würde auch gerne mal deine hören. Weil unsere Software basiert auch da drauf. Ja, ganz klassisch steht ja OLAP für Online Analytical Processing. Mhm. Ja. Und ist im Endeffekt erstmal die Datenhaltung in Memory im Vergleich zu klassischen relationalen Datenbanken, die die Daten eben mehr auf der Festplatte gespeichert haben. Mit allen Vor- und Nachteilen. Technische Art, die das hat. Wenn es im Arbeitsspeicher ist, ist es schneller im Zugriff als auf der Festplatte. Ja, das ist ja mit jeder anderen Software auch so. Und umgekehrt ist halt Arbeitsspeicher tendenziell immer noch teurer als der Festplattenspeicher. Und dadurch ist es, kommt man halt bei großen Datenmengen dann auch ganz schön, ganz schnell bei mehreren hundert Gigabyte Arbeitsspeicher oder Terabyteweise Arbeitsspeicher. Und das muss man sich halt auch leisten wollen. Aber da kann ich auch jetzt zurückgeben. Wir haben noch die Cloud. Wir haben noch Ressourcen. Ja, aber die Cloud ist ja vom Konzept her eher auf viel Rechenleistung, also viele CPUs, viele Prozessoren und nicht unbedingt auf RAM ausgelegt. Also gerade wenn wir über Urlaub-Systeme reden, dann sind die ja nicht so flexibel, so fluide, sondern wenn so ein, beispielsweise ein Planungssystem in Themen 1, das belegt heute 500 Gig im Arbeitsspeicher und morgen auch und übermorgen auch. Weil das ist halt die Datenmenge, die da vorgehalten wird. Und die Cloud ist ja, der Reiz der Cloud liegt ja darin, ich brauche jetzt 50 CPUs und in einer halben Stunde brauche ich nur noch drei. Und diese Flexibilität hast du halt bei klassischen Urlaub-Tools nicht, weil die sind zum Glück, das ist ja wichtig auch, das ist ja die Systemstabilität und so, dass die halt konstant, dass da nicht sprunghafte Veränderungen vom Arbeitsspeicher gibt, also vom Ressourcenbedarf keine sprunghaften Veränderungen. Wenn, dann ist das meistens, wenn es ungeplant ist, ein Bug oder ähnliches oder ein unvorhergesehenes Verhalten. Da deswegen tun sich ja viele Urlaub-Tools auch schwer mit der Migration in die Cloud. Also rein, zumindest was den Kostenaspekt angeht. Technisch ist das ja kein Problem, aber vom Kostenaspekt her ist halt, ist immer so eine Herausforderung. Du sprichst ja von dem multidimensionalen Urlaub, ne? Genau, das ist für mich das klassische Urlaub, das Urlaub, wo genau das eben, das ist halt genau, das ist sehr, sehr memoryintensiv. Aber es gibt ja dann noch die zweite Variante, das ist ja das Relationale. Dann würde ich ja das Ganze in der Tabelle abspeichern. Also ich versuche das jetzt ein bisschen runterzubrechen, damit das auch so jeder versteht. Wo würdest du denn bei beiden Systemen denn also Vor- und Nachteile sehen? Ja, du hast es ja eigentlich schon gesagt, ne? Im Roll-Up ist es dann halt der Großteil der Daten eben auf der Festplatte gespeichert und wird dann immer bei Bedarf quasi reingeladen. Das ist dann weniger speicherintensiv. Davon hast du im Zweifels verlängere Zugriffszeiten. Und zumindest die Roll-Up-Systeme, die ich kenne, das ist halt vorwiegend Microsoft-Analysis-Services, tun sich dann, sagen wir mal vorsichtig, auch schwer mit Planungsszenarien, also mit dem Wieder-Zurückschreiben in die Datenbank, weil es eben von dem Arbeitsspeicher dann wieder auf die Festplatte kommen muss. Und also zumindest Microsoft hat das aus meiner Sicht bis heute nicht wirklich in einem vergleichbaren Komfortgrad, wie beispielsweise Thema 1 oder Jedox, geschafft. Vielleicht müssen wir nochmal einen Schritt zurück, nochmal zu sagen, was ist das überhaupt mit der Urlaub-Geschichte oder Urlaub-Systeme? Also man kann sich das ja so vorstellen, als hätte ich einen sogenannten Würfel, also so eine Art Datenwürfel und unterschiedliche Dimensionen. Also jetzt kommen wir natürlich so ein bisschen in den Sprachgebrauch. Das geht aber jetzt, glaube ich, nicht anders. Aber unter den Dimensionen kann man zum Beispiel das Jahr sehen, das Produkt. Und man versucht ja so ein bisschen durch diesen Würfel, durch jede Achse in diese Daten rein zu navigieren. Und das, finde ich, ist ja das Eleganteste, aber auch das Schwierigste, wenn ich bei der Datenmodellierung bin. Das ist ja schon eine Kunst, das in allen Ausprägungen so hinzubekommen, dass die Kennzahlen und Stammdaten ordentlich miteinander kombiniert und aggregiert, also von den Kennzahlen auch, dass die zugeordnet werden. Ja, das ist eine Herausforderung, aber ich glaube, die Herausforderung besteht halt vor allem darin, also so ein Roll-Up-System oder generell relationale Datenmarken, ein Data Warehouse, verzeiht vielmehr schlechte Datenqualität. Wie meinst du, das ist ja eine interessante Aussage? Nein, in einer relationalen Tabelle, da kannst du, es ist sehr aufwendig sicherzustellen, dass alle Pflichtfelder befüllt sind und sauber richtig befüllt sind. Und in dem Cube, in einem multidimensionalen Datenwürfel, da ist jede Dimension, jede Ausprägung, jedes Attribut deines Datensatzes, jedes Merkmal ist gepflegt. Es gibt keine ungepflegten Merkmale. Jeder Datenpunkt ist 100% definiert. Das heißt nicht immer, dass die Definition, die der hat, dass alle Ausprägungen richtig sind, aber es ist immer 100% definiert. In der relationalen Tabelle ist es einfacher, das Ganze unsauber zu definieren. Du kannst da auch... Das ist ja die Gefahr, die man hat. Also wenn ich das nicht sauber mache, dann habe ich die Probleme später im Berichtswesen und es kann dann halt dazu führen, dass bestimmte Kennzahlen auf bestimmten Ebenen halt nicht richtig berechnet werden. Und man sieht es nicht. Das hatten wir so häufig in Projekten, dann wurde so hoch aggriert auf eine Region und dieser Umsatz, der verdichtet worden ist, da haben einfach Kennzahlen gefehlt oder die Berechnung einfach gefehlt und damit war es auch falsch. Genau. Und das kann denen... Das passierte in einem multidimensionalen Umfeld nicht so leicht. Ja. Wenn du deine Strukturen einmal sauber hast, dann passen alle Datensätze auf die Struktur. Wenn du die Struktur sauber modellierst. Es ist unmöglich, dass die Datensätze nicht auf die Struktur passen. Das ist technisch einfach nicht möglich. Das ist, glaube ich... Und dadurch ist die Herausforderung einfach die, dass du eben mehr Wert noch... Also man sollte ja immer, also generell wird in allen Projekten zu wenig Wert auf Datenqualität gelegt, würde ich jetzt mal so als These raushauen. Ja, aber das ist das Hauptproblem, warum bestimmte Sachen dann einfach hintenrum nicht mehr funktionieren oder dass man unzufrieden ist mit dem Ergebnis. Wenn man sich nicht die Mühe macht, vorne an der Stelle, wo die Daten erfasst werden, erzeugt werden, also in transaktionalen Systemen wie so im Finanz- oder ERP-System, das ist ja das klassische Shit-in-Shit-out-Prinzip. Und dann ist die Frustrationen, finde ich, immer in der BI und dann später auch, wenn die Planung auch die Daten bekommt, immer da am größten, weil man sich ja auch da am meisten erhofft. Ganz genau. Und das ist auch zum Beispiel was, wo so ein klassisches Urlaubsystem sehr hilfreich ist, um eben auch so was, also so einen Prozess der Daten... Datenqualitätsoptimierung zu unterstützen. Ich hatte gerade heute Vormittag ein Telefonat mit einem ehemaligen Kunden von einem großen deutschen Automobilhersteller, die genau das nämlich gemacht haben. Die haben Themen 1 genutzt, um im Personalkontrolling, um ihre Daten, die aus dem SAP-System kommen, haben gesagt, okay, wir nehmen die Daten, wie sie kommen und reichen sie durch und zeigen sie dadurch an und können so aufzeigen, wo eben die Datenqualität nicht stimmt und dann muss das an der Quelle repariert werden. Und das haben die, damals noch, als ich noch nicht bei der Bahn war, als Externer habe ich dort unterstützt, haben wir das 2017 gemeinsam angefangen. Es war heute sehr spannend zu sehen, jetzt sechs Jahre später, diese Früchte davon. Am Anfang war das auch sehr schmerzhaft, weil dann wurde es ja immer beschwert, dass die Datenqualität im Berichtswesen nicht stimmt und er hat immer wieder darauf hingewiesen, ey, ist im Quellsystem, im SAP an der Stelle nicht sauber gepflegt, muss korrigiert werden. Jetzt halt über sechs Jahre ist da wirklich eine enorm gute Datenqualität entstanden. Und das ist halt, das ist, glaube ich, das, was auch ein bisschen die Faszination für mich von Olaf, oder gerade von diesem Multidimensionalen, eben ausmacht, dass du, wenn du es richtig einsetzt, dass einmal ein Werkzeug ist, ist, dass dir akut für deine Probleme hilft, im BI-Umfeld, für dein Reporting, für deine Planung, für deine Analysen. Aber wenn du das Ganze in einem Prozess entsprechend sauber aufsetzt, auch eine Rückkopplung in deine Vorsysteme haben kann und dort eben über den Zeitraum einfach zu einer höheren Datenqualität führen kann. Und das ist, finde ich, fand ich heute Morgen wieder absolut faszinierend, das zu sehen, wirklich, wie da die Datenqualität über die Jahre einfach kontinuierlich besser geworden ist. Und das, genau, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das zweite Beispiel, was ich mitgeben kann, wo ich sage, dass, also, dann ist ja schon die Frage beantwortet, ist es noch zeitgemäß? Ja, definitiv. Also, wenn wir später auch über Sachen wie Maschinen und Künstliche Intelligenz nachdenken, dann zeigt das ja, wenn wir uns ranhalten und Ausdauer mitbringen, dann steigern wir durch solche Systeme halt auch nochmal die Datenqualität. Aber was ich auch in diesem Konzept genial finde, deswegen haben wir ja auch das Konzept in unsere Software eingebaut, ist die Einfachheit später im Berichtswesen, also ein Datenmodell zur Verfügung zu stellen in allen Ausprägungen, wo ich keinen mehr da später dran habe, der die Berichte baut, die Dashboards, der die ganzen Logiken verstehen muss. Ich weiß, ja, es ist, um das aufzubauen, das kostet, oder da braucht man halt schon ein bisschen Know-how für. Ich muss vielleicht auch mehr Zeit investieren, aber es lohnt sich auch hinten draus in der Berichtsentwicklung. Da spare ich nämlich Berichtsaufwände, auch in der Fehlersuche. Also ich fuhre mir da wirklich Geschwindigkeit rein und das war immer der Kampf, den ich in den Projekten damals auch miterlebt habe, dass das keiner bezahlen wollte. Dann hat man gesagt, okay, dann schieben wir es doch ins Berichtsfesen, dann sollen die Fachanwender doch selber damit klarkommen. Aber ich finde es falsch. Also deswegen finde ich dieses Thema, was du genannt hast, oder ist es noch zeitgemäß eigentlich eine schöne Komponente, ist aber was für Fortgeschrittene. Ja, natürlich, aber das ist halt einfach, aber das liegt nicht unbedingt an der Technik, es liegt vor allem halt auch, du musst dich dann halt mit diesen Problemen auseinandersetzen. Du musst dich halt dann damit auseinandersetzen mit deinen Daten, was da drin steht und was da halt für ein Unsinn teilweise auch drin steht. Du hast gesagt, KI und Ähnliches, Machine Learning, die brauchen ja noch mehr eine saubere Datenqualität. Also ich war ja letztens auch beim Kollegen Christian Krugler, ich glaube, da warst du auch schon mal zu Gast. Genau. Und wir haben eine Folge genau über so ein Thema gemacht, über Data Footwork hat er es genannt, um da mal cross-selling zu beschreiben. Nee, aber genau das ist das. Das ist einfach, daran merkt man, es ist immer wieder das Thema. Das ist die Grundlagenarbeit, das ist die Basis für alles. Und das ist eben auch das, was bei diesem Gespräch heute Morgen wieder rauskam. Er sagt jetzt, die waren früher im Personalkontrolling fünf Leute, die sich nur um das Berichtswesen gekümmert haben. Das macht er inzwischen alleine. Das ist voll automatisiert. Er hat inzwischen, da haben sie eine enorme Geschwindigkeit da drauf bekommen, neue Anforderungen umzusetzen, weil eben die Basis stimmt, weil die ganzen Stammdaten sind sauber. Da muss eine neue Kennzahl mit rein, so dann wird die, aus dem SAP wird der entsprechende Infotyp abgezogen, wird die Kennzahl berechnet, die ganzen Stammdaten sind da, das wird gematcht, sei es, keine Ahnung, Personal noch mal, Org-Einheit, Datum, wird alles gematcht und zack, neue Kennzahl da. Und das ist diese Geschwindigkeit, das ist, wenn du, sagen wir mal, wir kommen ja zum Schluss nochmal auf die Self-Service-Tools zurück, wo das dann der jeweilige Endanwender macht und dann baut er einen Bericht, dann ist er schneller. Wenn wir, sagen wir mal, nennen wir mal die Kube im Namen, Tableau beispielsweise, da bist du beim ersten Bericht immer schneller, als wenn du ein Microsoft Analysis Services, Jadox, Thema 1 Projekt aufsetzt. Bist du beim ersten Bericht schneller, bist du beim zweiten Bericht schneller mit Tableau, aber irgendwann, und das ist je nach Projekt und nach Datenqualität eben unterschiedlich, aber irgendwann kommt dieser Tipping Point, da bist du mit diesen Systemen, die eine eigene Datenhaltung haben, die ein sauberes Datenmanagement voraussetzen, bist du irgendwann schneller und bei dem, wenn du dann wirklich von größeren Applikationen sprichst und da sind, man ist ja schnell in so einer BI-Lösung auch mal bei 500 Berichten in einem größeren Unternehmen, weil es einfach so viele Themen gibt. Ja. Und da hast du einen enormen Skaleffekt, weil bei Self-Service musst du immer davon ausgehen, musst du es im Zweifelsfall selber, alles immer wieder selber korrigieren. Ja, und es gibt ja Kunden, also auch aus unserem alten Beratungsgeschäft, da haben die 800 bis 1000 Berichte gehabt und da musst du es jedes Mal dran und das ist kein, also das ist ja vielen am Anfang gar nicht bewusst, du baust ja über die Zeit auch eine gewisse Schatten-IT auf, das will keiner hören, aber das ist so und das ist in dem Projekt erstmal nicht eingepreist. Ja. So man ist schnell, genau wie du es gesagt hast, man ist sehr, sehr schnell fertig, aber die Probleme kommen dann im täglichen Doing, im Betrieb auch, wenn der Fachbereich damit arbeitet und dann fällt dir das irgendwann auf die Füße. Aber das ist am Anfang zu identifizieren und deswegen lass uns lieber, also wir wollten ja eigentlich ein zweites Thema, das Recruiting ansprechen, ich würde sagen, das machen wir mal zum Schluss, weil das passt nämlich ganz gut, der Übergang dann, die Ökosysteme, weil dann ist ja genau auch die Fragestellung, wie komme ich denn da hin, also fange ich denn an und programmiere das runter, also da würde ich gleich gerne mal berichten, was so gerade so aus dem Netzwerk gerade passiert, wo ich nur noch den Kopf schüttle, aber da möchte ich auch gerne mal hören, wie du das auch siehst, also dann schieben wir doch einfach mal das Recruiting zum Schluss und starten tatsächlich, es gibt ja entsprechende Software-Systeme, also wir haben einmal fertige Lösungen, wir haben was Fertiges, aber es gibt ja auch am Markt zum Beispiel die gängigen Cloud-Plattformen, wie eine Microsoft, eine Amazon und ich könnte mir ja da meine Datenbewirtschaftungsprozesse manuell aufbauen, da gibt es entsprechende Komponenten, die ich nicht zusammenstelle oder was ja auch ganz hip ist bei einigen, die fangen jetzt an und programmieren die ganzen Strecken, Datenstrecken runter, zum Beispiel in Python, das erleben wir auch, wie ist deine Meinung dazu? Ja, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust, das ist auch immer, die Diskussion führen wir uns zum Beispiel im Team auch immer sehr intensiv, die Standardisierung und wäre, versus die Individualisierung, das ist, und ich kann von beiden Seiten die Argumente quasi verstehen, ja, und ja, das ist, ich sage mal, es ist nur eine Einzelfallabwägung, es kommt immer an den Punkt, du kommst an den, also gerade, wenn du sehr große Projekte hast, wo, wo es einfach auf Nuancen teilweise ankommt, also gerade, wenn wir zum Beispiel auch über Performance-Themen reden oder sowas, kommst du halt, also am performantesten ist immer noch alles selber zu programmieren, also von der reinen Laufzeit für so ETL-Prozesse beispielsweise oder alles, also so Deployment-Prozesse, alles, was du komplett individualisierst, da kannst du natürlich, kannst du daraufhin optimieren, hat aber, wie du vorhin auch gesagt hast, Schatten-IT oder generell einfach ein Overhead, der dadurch natürlich entsteht, das muss ja alles maintained werden, das ist immer so wie dir, die berühmten Fragen im Projekt, wie sehr standardisierst du oder wie sehr parametrisierbar machst du deine Ladeprozesse und ähnliches, und das geht dann auch so weit, wenn du verschiedene Fondsysteme anbindest, wie machst du die Anbindung, setzt du da eben auf Standards, setzt du da zum Beispiel auch auf Templates oder ähnliches, oder gehst du halt auf die Individualentwicklung, das kommt ganz, und das ist einfach eine Einzelfallentscheidung, also bei uns zum Beispiel im Team ist auch so, sind ja bei der Deutschen Bahn dann in diesem luxuriösen Umfeld, dass wir sehr viele Gesellschaften haben, sehr viele Kunden haben, sozusagen, die sehr, sehr ähnlich vom Aufbau her sind, wo du eigentlich sehr viel mit Standards arbeiten kannst, und trotzdem fällt es uns in der Diskussion dann immer wieder schwer, dann zu sagen, ja, okay, jetzt machen wir da mal irgendwie so einen internen Standard, und gleichzeitig mal so den Blick jetzt von außerhalb der Bahn draufgeworfen, da ist es halt gerade für kleinere, für mittelständische Unternehmen ist der Vorteil, der sich durch die Individualisierung ergibt, meistens aufgrund der geringeren Komplexität, der geringeren Datenvolumina, ist eben so eine Standardisierung, da meistens vielversprechender, also wirklich, weil es einfach am Ende Kosten spart. Es geht noch so weit, was wir mitkriegen, weil wir sind ja im Mittelstand angesiedelt, die haben aktuell die Ressourcen nicht, also haben ja gleich zum Schluss, also Recruiting, genau das ist deren Problem, die bekommen die zum Teil auch nicht, haben dann intern auch nicht das Know-how, und wissen gar nicht, also denen fällt ja auch jetzt alles auf die Füße, Nachhaltigkeit, Berichte, werden irgendwann jetzt auch gemacht werden müssen, kaufmännische Systeme, also das, was die Großen ja längst alles schon richtig machen, fangen jetzt auch die Mittelstände an, in diese Richtung zu denken und ihre Datenstrategie umzusetzen, aber denen fehlt einfach die Zeit und denen fehlt die Ressourcen und dann ist, finde ich, der falsche Ansatz, ich fange jetzt an, selber alles zu programmieren, weil dann habe ich meistens nur eine Ressource dort sitzen und die Gefahr ist einfach, wenn die Ressource mal wegfällt oder kündigt, dann bleibt, also ich hatte tatsächlich am Freitag ein Gespräch mit einem potenziellen Kunden und da ist es tatsächlich passiert, so zwei, zwei ITler oder zwei aus dem Softwarebereich, da wurde dann halt ein Data Warehouse entwickelt, das wurde vom Dienstleister jetzt übergeben und die sitzen da und können es nicht betreiben oder es funktioniert nicht richtig und weil alles manuell aufgebaut werden, das ist natürlich kritisch und jetzt ist das ganze Thema verbrannt und die müssen, die müssen Daten aufbereiten, bereitstellen, wir müssen nicht dem Ganzen stellen, aber es hat natürlich einen Stellenwert im ganzen Unternehmen nicht gut, also da wieder aus dieser Nummer rauszukommen würde nicht einfach werden. Ja, das ist ja nochmal so ein ganz anderer Aspekt, den du da angesprochen hast, wenn du jetzt, wie ich das jetzt verstanden habe, externer Dienstleister, der da was gemacht hat, eine Individualentwicklung gemacht hat, das ist ja nochmal schwieriger, weil da geht es ja auch darum, du bist dann, das ist dann dein Code als Unternehmen, das da steht, was sie ja für dich gemacht haben, das ist dann dein Problem, wenn das nicht funktioniert er es macht. Also das ist ganz schwierig, wenn du aber eben zum Beispiel vorgefertigte Software kaufst mit vorgefertigten Konnektoren und dann funktioniert da was nicht, dann ist das Problem von deinem Dienstleister, also dann hast du halt auch nochmal das Personalrisiko, was du da angesprochen hast, also du brauchst ja einmal die Leute, die es machen, die musst du dir intern ranzüchten oder musst du dir externe holen und dann, wenn du aber eben so ein individuelles Projekt aufsetzt, musst du ja das auch ja am Monitoren auditieren, was die gemacht haben. Dokumentation. Es gibt keine Dokumentation. Ja, das sowieso nie, die gibt es ja nie. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn man mal so ganz aus dem Nähekessel, die gibt es ja eigentlich, also die gute, ich habe noch nie eine gute Dokumentation gesehen, das ist ja, weil das liegt ja auch in meinem Auge, das Berater. Ich hatte einfach in meinem Leben auch schon oft, da wurde man dann halt als Zweitberater reingeholt, nachdem der erste verbrannt war. Genau, mach mal bitte das Review und schau mal drüber und gib mal dein Feedback ab. Und dann stellst du so fest, okay, die haben einfach, die sind nicht zusammengekündigt, die haben das nie richtig hinterfragt, also das hat auch viel noch, da gibt es auch viele noch ganz viele andere Faktoren, die da reinspielen, aber die haben einfach da einfach auch nicht gut geprüft, was da gemacht wurde. Und wenn du halt eben so ein, wenn wir jetzt wieder zu Ökosystemen gehen und mal den großen Bogen schlagen, zum Beispiel zu den, zu meinem Hobbyprojekt da mit der Bark, zu dem Ecosystem-Guides, da siehst du halt auch ganz viele für diese verschiedenen Tools, sei es jetzt Thema 1, sei es Power BI oder so, wo dann Leute wirklich vorgefährdete Lösungen haben, die haben definierten Funktionsumfang, du weißt also genau, was du, du hast quasi, es ist genau festgelegt, was du fürs Geld bekommst, ja, und das ist dann, das deckt dann vielleicht nur 80 Prozent von deinem Funktionsumfang um, den du haben willst, aber die kriegst du halt auch für 20 Prozent des Geldes. Ja, und das ist ja ganz wichtig, also ich bin der Meinung, manchmal reichen auch diese 80 Prozent, weil die anderen 20 sind verdammt teuer, also richtig, Sonderlocken zu bauen, individuelle Programmierung einzusetzen, um wieder am Prozess vorbei, und die Frage, also die müssen wir uns ja auch immer stellen, und dann sage ich immer, wir kriegen 80 Prozent locker abgedeckt, aber dafür verdammt schnell, also richtig schnell, und die Frage ist ja, man kann es ja immer noch nachher dransetzen, aber die Frage ist, lohnt sich das? Also was ist der ROI dahinter? Ja, genau. Ist eine Lösung, oder das, was ihr bei der BARC macht, definitiv reizvoll, also ich weiß nicht, geht das, können wir das in die Shownotes nachher noch ein bisschen packen? Ja, klar. Ja, das wäre ja gar nicht schlecht, vielleicht können... Das ist ja auch kostenlos und alles, das kann jeder sich angucken zu den verschiedenen Ökosystemen, die es da gibt, und das ist ja genau das auch, so ein, das überhaupt erstmal auch bekannt zu machen, dass es da auch was gibt, weil ganz oft ist man ja auch gefangen als Unternehmen, man hat ein Problem, man versucht irgendwie eine Lösung zu finden, dann landet man, ja, man landet entweder bei so einem allgemeinen Dienstleister jetzt BARC, die natürlich der Technologie neutral beraten, aber du landest halt bei einem Beratungshaus und die haben einfach eine Lösung und die passt für dich. Grundsätzlich klingt das, was so passt und da hast du halt die Möglichkeit, das auch mal zu hinterfragen zum Beispiel, also gerade wenn du dich so in einem speziellen Ökosystem eben bewegst, also für eine gewisse Technologie, also eben auf Basis von Power BI oder von Click oder von IBM Planning Analytics Thema 1, wenn du das eh schon dich in dem Ökosystem bewegst und einfach mal hinterfragen willst, was dir da jemand gerade angeboten hat, kannst du da zum Beispiel nachgucken und kannst eben sehen, okay, da gibt es ja noch andere Tools, frage ich die einfach mal an, erkundige mich da mal, ja, oder man sieht direkt, okay, die sind die einzigen, die das Problem lösen können, ich brauche gar nicht groß weitersuchen, ne, und das, die Idee dahinter, die Idee dahinter, hinter diesen ganzen Themen ist ja, den Funktionsumfang von einem bestehenden Tool einfach zu erweitern, sei es eben durch alternative Frontends im Thema 1-Umfeld beispielsweise oder um Funktionalitäten zu ergänzen, die man so in dem Standard-Tool eben vermisst, wie Planung mit Power BI, da gibt es dann eben Drittanbieterlösungen, die da eben was unterstützend machen können, ja, oder eben auch wirklich bis zu einem Punkt so eine fertige G&V, ne, wo du wirklich deine Systeme standardisiert dran koppeln kannst und wirklich sehr, sehr schnell eine Lösung machst, ich glaube, in eine ähnliche Richtung geht ja auch das, was ihr eben anbietet, ne. Also bei uns ist es, ja, also wir bieten also die Datenintegration sehr automatisiert an und damit kriegen wir viele, viele Fragestellungen schon gelöst und genau, das ist auch der nächste Ansatz, den du gerade gesagt hast, wir werden obendrauf immer weitere Schablonen bauen, wie zum Beispiel das Energiemanagement, das hört sich jetzt so an, das ist kein Abfallprodukt, aber ist entstanden, weil wir vom Kunden, also weil der Kunde einen Bedarf hatte und dadurch ist ein Produkt entstanden und das sogar zertifiziert bei der BAFA ist und so gehen wir sukzessive hin und hören ja hin, was der Kunde braucht und was nicht und wir wägen auch ab, also wir fangen nicht an und machen Sonderlocken für jeden Kunden, weil dann haben wir in fünf Jahren absolutes Chaos und werden die Software nicht mehr warten können, aber das ist genau zu schauen, was braucht der Kunde oder was, wie kann man sein Problem noch besser lösen und mit Templates, mit Standards an der Sache heranzugehen, also in der Produktion ist das immer, finde ich, am einfachsten, da gibt es die sogenannten OEE-Faktoren, also die Qualität, Leistung, Qualität, da gibt es Formeln für, wie die berechnet werden, auch für bestimmte Branchen, da gibt es eine Weinen-Stefan-Studie, die kann man sich heranziehen und das Ganze so aufsetzen und dann brauche ich mir aber nicht mehr viel Gedanken zu machen, ich muss nur noch gucken, wie ich die Daten dort reinkriege und die zuordne und dann entsprechend aufbereite, aber das ist glaube ich das, was du auch mit der Fragestellung Ökosysteme im BI-Umfeld, ob das Projektbestandiger sind, ja, ich finde schon, also wenn man sich öffnet und sagt, okay, wir haben jetzt das Problem und wir wollen es auch schnell lösen, dann ist das wirklich eine Alternative für jemanden, aber wir erleben es auch sehr, sehr häufig in Gesprächen, dass die ITler sich auch so ein bisschen verweigern, weil die sagen, wir können es besser, mein Herz schlägt ja auch, ich bin ja auch, also ich würde schon sagen, ITler, weil ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, aber andererseits bin ich auch wirtschaftlich sehr unterwegs und sehe, Risiko, One-Man-Show oder vielleicht nur zu zweit, auf Dauer vielleicht doch nicht so ganz wirtschaftlich, klappt im ersten Moment, aber später werdet ihr bezüglich auf die komplette Datenstrategie eins auf die Nase kriegen und dann kommt man sehr, sehr leicht in die Diskussion und dann wird das schon sehr, sehr negativ auch aufgenommen. Siehst du, ich bin ja Historiker, studierte Historiker und habe also theoretisch weder von der Wirtschaft noch von der Informatik eine Ahnung, aber ich sehe dafür immer das große Picture, ich denke, das Big Picture, ich denke nämlich dann auch ganz oft einfach nicht in den nächsten, in den nächsten zwei Jahren ist das vielleicht besser, was du gerade beschrieben hast, wenn die das selber machen, aber wenn du das mal auf fünf oder auf zehn Jahre blickst, da geht es nicht darum, dass du ein Tool zwangsweise zehn Jahre betreibst, aber dass du einfach deine gesamte Landschaft halt eben wartbar hältst, und das ist einfach so oft der Fall, dass das einfach vernachlässigt wird und dann wird lieber über neue, wird über KI, Machine Learning gesprochen, weil das klingt gut, das klingt total spannend und ich sage immer, Leute, es gibt so viele Dinge, die so viel günstiger umzusetzen sind, so das berühmte, die Fußarbeit, die Grundlagenarbeit, das Datenmanagement, du kannst dir natürlich, wie oft ich Gespräche darüber führe, wir brauchen da ein Data Lake, ich sage, nee, ich brauche kein Data Lake, ich würde auch ein Data Warehouse erstmal tun, es würde sogar erstmal, sag mal, eine strukturierte CSV-Dateienablage würde euch ja schon helfen, das ist wahrscheinlich um den Faktor 100 günstiger als ein Data Lake, würde aber wahrscheinlich im ersten Schritt den gleichen Effekt erzielen und es kommt immer wieder auf diese 80-20-Regel zurück, 80% reichen meistens und für die 20%, die mir da fehlen, sind die wirklich, dass das mehr dann eben werden, gerade wo wir eine immer stärkere Standardisierung haben, also vor, ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, da war das auch schon relativ weit standardisiert, das hast du wirklich noch dann so ganz oft so Altsysteme gehabt, die dann heute, die dann einer irgendwo selber programmiert hat, die gibt es heute auch noch, wir haben da mal eine kleine Access-Datenbank aufgesetzt. Und dann suchen wir denjenigen, also gerade im Endframe-Bereich, die Leute sind ja rar gesägt, um die dann wieder einzusetzen und das ist halt die Gefahr, die ich da einfach auch sehe, aber. Ja, ich wollte sagen, wir haben ja auch durch diesen extremen Move hin zur Cloud eine extreme Standardisierung in den Fondsystemen, also dein Salesforce-System ist, jetzt mal so, vielleicht mal in der Basisausführung ist das eigentlich immer gleich. dein CRM-System, dein ERP-System, was du in der Cloud hast, das ist, natürlich kannst du das customisen, aber da geht der Trend ja immer weiter von weg, man gibt ja immer mehr auf den Standard und dann hast du halt immer die gleichen, da hast du die gleichen Tabellen mit den gleichen Merkmalen wie 100 oder 500 andere Kunden und da macht so eine Standardisierung ja auch Sinn. Ich meine, eines meiner ersten Projekte vor zwölf Jahren, das war bei so einem Logistikunternehmen, die hatten einen damals schon, das war dann 2011, 20 Jahre altes ERP-System, das hatte keiner, der kannte sowas wie Pflichtfelder nicht oder Datentyp, das war alles Text. Also bei so einem System, da kannst du selbst, wenn du 500 Kunden mit diesem einen Stück Software hast, kannst du, musst du immer Individualentwicklung machen, weil wenn es keine Pflichtfelder gibt oder nichts, dann ist das immer, dann ist das immer ein Horn, also immer gibt es nur einmal dieses System, bei jedem Kunden ist es anders. Aber heute sind die Systeme einfach so weit standardisiert, gerade auch dadurch, dass dir dann immer mehr der Trend Richtung API, dass du die Daten über eine API absiehst, dann ist das halt alles standardisiert. Da kannst du nicht groß rumschauen, da gibt es nicht so viel Freiraum für Customizing und dadurch bekommt dieser Push hin zu diesen Konnektoren, zu diesem Pre-Build-Content, zu diesen Projektbeschleunigern, wie auch immer, wir sehen jetzt nennen die verschiedenen Aspekte eben einen ganz anderen Mehrwert noch mal als vor 10, 20 Jahren. Ja, und dann habe ich das, dann bin ich ja in der Automatisierung und dadurch kriege ich die Geschwindigkeit und das kann man ja als Fazit ja auch mitnehmen, das ist tatsächlich die Projektbeschleunigung oder Umsetzungsbeschleunigung und ich bin der Meinung, da muss man jetzt nicht mehr den Aufwand betreiben, also dann lieber hinten rum und das passt jetzt zum nächsten Thema und dann lieber den Aufwand betreiben und aus den Daten Mehrwert ziehen und jetzt werden wir wahrscheinlich abgestraft von Tableau, aber ist egal, wir sagen, also sagen Tableau ist mein Salesforce. Ah ja, genau, also Tableau wurde ja von Salesforce aufgekauft und also ich kann ja erst mal wiedergeben, wie wir das empfinden, also wir haben sehr, sehr wenig Kunden, die jetzt noch mit Tableau arbeiten, die haben jetzt wieder mit Tableau neue Verhandlungen durchgeführt wegen den Jahreslizenzen und wir haben einige Lizenzen jetzt abgekündigt. Also zeigt mir einfach, dass der Trend einfach da ist, also kann man schon klipp und klar sagen, ich finde, der Trend geht Richtung Power BI. Also ist denn, ne, also würde ich jetzt auch mal so unterschreiben, ne, also das ist auch eine ganz klare Richtung, die man da sieht, da sieht man ja auch, Klick ist da für mich noch so ein bisschen unklar, bis da weitergeht, ne, im Gegensatz, Tableau wurde von Salesforce gekauft, Klick kauft ja selber wie verrückt, da haben jetzt ja erst Talent gekauft, ne, also das ist eigentlich ganz, Klick finde ich inzwischen wieder total spannend zu beobachten, einfach, ähm, ganz andere Richtung, aber Tableau geht halt den Weg, den viele Tools gehen, man wird irgendwann von einem Großen geschluckt und dann ähm, hast du halt das Problem, das hatte beispielsweise auch Themen 1 über viele Jahre oder Cognos hat es heute noch, ja, genau, das ist das beste Beispiel, ja, ähm, wobei da, das geht noch, weil die Tools sind nicht in anderen Tools von IBM aufgegangen, aber Tableau, meine, warum hat Salesforce Tableau gekauft, ich vermute mal ganz stark, um eben hübschere Berichte, sag ich mal salopp, in Salesforce zu haben, das heißt, das wird der Fokus sein, ne, das heißt, der Fokus ist erstmal Salesforce, mehr Salesforce-Lizenzen damit zu verkaufen, ja, ähm, worunter natürlich Tableau als Standalone-Software, ganz normal, das ist auch gar nicht, erstmal gar nicht schlimm, das ist halt einfach, der, das ist halt das Business, ne, das ist halt einfach ein Trend, bei Tableau triffst du halt ein, eigentlich ein sehr beliebtes, ein sehr prominentes Tool, ne, aber es geht halt, ähm, da immer stärker, ähm, der Fokus wird jetzt darauf liegen, die anderen Tools im Haus zu, zu unterstützen, ne, das sieht man auch bei anderen, ähm, Tools, die mir in dem Umfeld bekannt sind, keine Ahnung, der von, von, äh, Cubeware zum Beispiel, ne, hab ich auch mal für gearbeitet, vor vielen Jahren, die sind jetzt auch aufgekauft worden, von Insight-Software, werden dadurch am Markt nicht mehr selbstständig agieren, werden da jetzt einfach mit einem anderen strategischen Fokus haben, ne, aber, und was du ja auch, glaube ich, schon eingangs gesagt hattest, es ist halt auch ein Zeichen dafür, warum passiert das, warum gibt es diese Konsolidierung da an der Stelle, das ist ja eine Konsolidierung, Klick, konsolidiert eben in die andere Richtung, sie kaufen andere Tools dazu, Tableau wurde gekauft, Power BI kauft keiner, Ja, die machen es geschickt, es wird eingeschleust durch die Office. Ja, also Microsoft kauft keiner, ja, das ist halt, das ist, das ist schon immer, das ist der Vorteil gewesen, wenn du ein Microsoft-Produkt bist, ne, du, du wirst einfach, du hast immer einen Marktanteil, du kannst gar nicht, weg, weg, zur Seite weggeschoben werden und Power BI, Microsoft macht es natürlich aber auch ganz, ganz aggressiv, aber auch geschickt, ja, also, das Tool ist halt im ersten Schritt kostenlos, Punkt, ja, das, die Kosten kommen dann später, ja, aber es ist erstmal grundsätzlich kostenlos und das musst du dir als Unternehmen auch A leisten können und B leisten wollen und sie vernetzen das natürlich sehr gut mit ihren, mit ihren anderen Tools und haben damit aber auch zum Beispiel, ne, das den vorhin schon erwähnten Microsoft Analysis Service, das ist sehr stark kannibalisiert in meinen Augen, also den nehme ich als eigenständiges Produkt eigentlich. Ne, das ist still geworden und da würde man ja eh ein bisschen draufschauen müssen, auch das Ganze, was jetzt mit Microsoft Fabric da passiert, also das ist ja gerade auch wieder Bewegung, das ist ja schon fast eine separate Folge, aber ich glaube, wenn wir das jetzt anschneiden, dann komme ich hin. Berichtswerkzeugen oder bei BI-Tools, das ist ja immer alle paar Jahre passiert das, das ist dann so eine Konsolidierung, also SAP damals mit Business Object, wird auch immer weniger, klar, jetzt ist die SAP Analytic Cloud, also die nehme ich noch wahr, auch aus dem Kundennetzwerk. auf jeden Fall, aber auch sehr aggressives Marketing natürlich an der Stelle. Und da ist zum Beispiel Planung dabei, also oder man kann Planung nochmal dazu nehmen, wenn man möchte. Wird behauptet, ja, ich habe es noch nicht gesehen, aber... Ist dabei, wie gut, schlecht mal nicht bewertet, aber das hat dann wiederum einen Pluspunkt zu anderen vielleicht, die das nicht mithaben. und... Ja, ich glaube, das, was du da gesagt hast, ist schon ein ganz wichtiger Punkt, es gibt da wieder eine Konsolidierung, ein bisschen wie so eine Wellenbewegung, es gab die große Konsolidierung, Business Objects, Cognos wurde von IBM gekauft, was war noch, was war noch irgendwas, Oracle hat, was haben die gekauft, S-Base? Ja, S-Base. Weiß ich jetzt nicht. Ja, es gab auf jeden Fall vor 15 Jahren, gab es die große Konsolidierung, da wurden diese ganzen, selbstständigen Anbieter gekauft, so ist ja auch Thema 1 dann bei IBM gelandet, so, dann war das alles ein großes Konzern, dann kamen auf einmal die jungen Wilden wieder, mit Tableau, weil da hat man gemerkt, oh, das ist ja schon irgendwie aufwendig, es muss irgendwie schneller gehen, so kam dann sowas wie Tableau, Power BI Click um die Ecke, waren super erfolgreich, so, jetzt merken die Leute wieder, ah ja, jetzt haben wir da große Tableau-Berichtsungebungen, ja, und das ist ja schon irgendwie aufwendig, 600 Berichte mit zu administrieren, ja, wir brauchen doch wieder was anderes, jetzt geht der Push wieder hin, zu solchen, eher ganzheitlichen Lösungen, weil die merken halt, okay, jetzt haben wir hier total geile Berichte, aber planen können wir damit nicht, ja, wir können nicht unsere, unseren kompletten Entscheidungsprozess damit abbilden, ja, wir können zwar die Daten analysieren, jetzt müssen wir aber irgendwie eine Entscheidung treffen, jetzt müssen wir irgendwie planen, ja, und Maßnahmen ableiten, das können wir alles nicht daran abbilden, jetzt geht das wieder in die Richtung, wahrscheinlich haben wir dann in fünf Jahren, sitzen wir wieder hier zusammen, und da gibt es wieder, es gibt ja auch ganz spannende neue Player, ja, die es noch mal einfacher machen als in Tableau, ja, aber die dann wiederum auch, die Frage ist, wie weit die sich wieder, ähm, wirklich behaupten können, weil ich glaube auch, wenn wir eins gelernt haben, also, so Daten aus einem Data Lake, die analysierst du auch nicht mal eben schnell mit Tableau. Genau, da wollte ich zum Schluss nämlich darauf zurückkommen, wir haben ja eben, also ganz am Anfang das Thema Urlaubssysteme gehabt, wenn ich das sauber habe, dann ist mir das Berichtswerkzeug letztendlich egal, weil dann kann ich es austauschen, oder, also natürlich nicht eins zu eins, weil da habe ich bestimmt, aber ich spare mir dadurch deutliche Bericht, oder Migrationsaufwände in dem Kontext, und da schließt sich, finde ich, der Kreis, wenn man sich einmal die Arbeit macht, in der Mitte, Datenintegration, Datenmodellierung, dann bin ich nicht so abhängig von dem Berichtswerkzeug, und dann, Ja, definitiv, ja, also deswegen würde ich auch zum Beispiel, auch in unserem Kontext, wir machen ja eben viel Thema 1 Projekte, also das ist halt ja mein Thema, und ich würde trotzdem auch dort immer, klassisch, ein relationales Data Warehouse, relationale Datenbank empfehlen, kannst du auch mit dem Data Lake machen, aber ich bin viel im Finance, oder im Personalkontrolling Umfeld unterwegs, da hast du halt nicht diese großen, unstrukturierten Datenmengen, dann machst du, aus meiner Sicht macht es halt keinen Sinn, aber das ist, ist erstmal egal, ob Data Lake oder Data Warehouse, irgendwas, wo du strukturiert deine Daten, unabhängig von der Visualisierung, eben aufbereitest, und dann kannst du eben auch später, Themen 1 nehmen, kannst Tableau nehmen, kannst Power BI nehmen, aber, eben, mit dem Fokus, dass die Daten, die Modellierung, die Aufbereitung, das Datenmanagement, ist schon alles passiert, du machst es nur noch quasi zur Anzeige, oder vielleicht in deinem Planungsprozess, dann eben in einzelnen Tools abzubilden, aber, du kannst genau das, du kannst ein bisschen, wechseln, und das ist ja eigentlich die, die, die anfängliche Stärke von Tableau gewesen, dass du genau diesen, diesen Schritt, den wir aber eigentlich ja für sind, also zumindest wir beide ja, eigentlich für sehr, sehr sinnvoll halten, eben das strukturierte Datenmensch, und dass du das eben nicht machen musst, meine erste Berührung mit Tableau war, ich habe wirklich so eine, zehn Jahre alte, wirklich so eine richtig, verbaute Excel-Tabelle genommen, also wirklich so, ne, so fünf Tabellen auf einem, auf einem Datenblatt, immer schön farblich abgegrenzt und alles, Tableau drangebunden, innerhalb von zehn Minuten hatte ich einen hübschen Bericht da drauf, das finde ich bis heute faszinend, das finde ich richtig cool, das ist ein richtig geiles Feature, also das kriegt auch kein anderes Tool in meinen Augen so hin, wie Tableau, aber, ähm, es, es löst halt, das eigentliche Problem, nämlich die schlechte Datenqualität, die schlechte Aufbereitung der Daten, halt an der falschen Stelle. Genau, und das ist das eigentlich, ne, wenn man, wenn man einmal den Fokus drauf lässt, wie gesagt, sind wir offen und, ähm, wir kriegen es ja eh nicht weg, es gibt immer Anwender, die für Tableau sind, für Power BI und ich finde, man darf die Anwender auch nicht einschränken, weil der, die Fachbereiche sollen damit arbeiten, mit den Werkzeugen, wo sie sich einfach wohlfühlen und dann ist es eigentlich egal, was im Einsatz ist, klar, jetzt kann man nochmal aus IT-Sicht wegen den Lizenzkosten gucken, ne, dass man da jetzt nicht, aber ich kenne auch größere Unternehmen, die haben alles davon im Einsatz. Oh ja. Irgendwann manchmal nicht anders, aber wenn ich halt eine einheitliche Datenbasis hinbekomme, ist schon schwer genug, habe ich natürlich, äh, da auch schon gewonnen und kann dann auch diese Flexibilität, was, was die Auswahl der BI-Werkzeuge, ähm, das Ganze dann auch ermöglicht, ne. Aber wieder natürlich nach dem 80-20-Prinzip, ne. Ja, das, das nehmen wir uns auch vor, also das, ich finde es ja auch gut, wir sind ja in den Themen sehr, sehr auch beieinander, ähm, es gibt ja auch andere Folgen, wo ich halt mit, mit dem Interviewgast nicht so konform bin, weil ich, ich mag das, also ich mag gerne in Schubladen denken, also einfache Sachen zu machen, die man, äh, standardisieren kann und das findet halt nicht jeder gut. Aber du hast, wie du schon die ganze Zeit immer gesagt hast, ähm, ich decke da vielleicht nicht 100 Prozent mit ab, aber für das, was die meisten machen und, äh, in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, reicht das vollkommen. Punkt. Es reicht einfach und danach kann man immer noch weitermachen, wenn man möchte, ne. Ne, genau, das, aber da bin ich, ne, 80-20 in dem Umfeld dann zum Beispiel das beste Beispiel immer, die unausgeglichenen Hierarchien. Es gibt die Tools, die können unausgeglichene Hierarchien, es gibt die Tools, die können es nicht, ne. Und dann, wenn ich halt so ein Vorgehen, ne, 80-20 im Prinzip, dann muss ich halt sagen, okay, der kleinste gemeinsame Nenner ist die ausgeglichene Hierarchie, das heißt, es darf halt in meinem Vorsystem, in meinem Data Warehouse, in meinem Data Lake nur ausgeglichene Hierarchietabellen geben. Das ist dann halt mit allen Vor- und Nachteilen, die das hat, ne. Und das ist dann, aber das wäre für mich so ein schönes Beispiel für die 80-20-Regel, da muss ich mich halt auf sowas dann auch committen, muss ich sagen, okay, das sind die Einschränkungen, die ich mir selber auferlege, damit ich diese Flexibilität hinten heraus habe, ne. Und wenn ich die, man kann sich auch dagegen entscheiden, ich brauche die 100, ich will die 100-Prozent-Lösung, weiß aber dann entsprechend auch, es ist entsprechend teurer. Genau, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das Fazit von diesen einzelnen Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, da ein bisschen den Fokus auch drauf zu machen und sich nicht in Details zu verlieren, weil, also die Mittelstellen, mit denen wir zu tun haben, die haben einfach keine Zeit und aber auch kein Geld zu verlieren und die Zeiten sind vorbei, wo wir Langzeitprojekte gemacht haben mit sechs oder neun Monaten oder noch länger, wo man genau vielleicht sowas machen konnte. Ich finde, diese Zyklen sind auch einfach anders geworden. Also auch das Projektvorgehen hat sich ja durch verändert und ich finde, das kann man glaube ich zum Schluss auch gut mitgeben, dass diese 80-20-Regelung wirklich ein, ja auch zum Projekterfolg auch maßgeblich daran teil, also jetzt verspreche ich mich hier ein paar Mal, aber dass wir ja wirklich mit dieser 80-20-Regelung auch die Projekterfolge dadurch auch einholen können. Absolut. Freinach, nehmen wir jetzt, Steve Jobs wird ja zugeschrieben, the perfect is the enemy of the good. Ja. Also dieses Streben, es muss alles drin sein, es muss alles können, die eierlegende Wollmilchsau, ist immer der Feind des Projekterfolgs, weil dann verlierst du dich eben in Perfektionismus und du wirst nie fertig. Da bin ich ganz bei dir. die Projekte sind generell kleiner, schneller geworden. Es gibt ja immer noch die großen Projekte. Ja, definitiv. Und dann kommen wir eigentlich zum letzten Thema, ja, das Recruiting. also diese ganzen Themen, die wir ja angesprochen haben, dafür brauchen wir ja Expertise, Experten. Was siehst du denn aktuell für Herausforderungen auch jetzt bei euch bei der Bahn? Also seid ihr gut aufgestellt? Also bekommt ihr die Leute, die ihr auch braucht? Oder habt ihr wie andere auch mit dem Fachkräftemangel zu kämpfen? Also ja, haben wir. Ganz klar, Fachkräftemangel. Und da wollte ich eigentlich gerade nochmal den Bogen zu dem letzten Satz zurückschlagen, weil eigentlich spricht der Fachkräftemangel ja dafür, größere Projekte zu machen, wo du die Leute nämlich besser ausbilden kannst, als die kleineren Projekte zu machen, weil für die kleineren Projekte brauchst du halt in der Regel dann ein, zwei Leute, die halt richtig gut sind und dieses Projekt dann entsprechend auch schnell durchziehen können. Und in großen Projekten kannst du halt auch Leute gut ausbilden, weil das ist nämlich dann die Herausforderung. Aber grundsätzlich ist eben das Problem, dass die Projekte kleiner und schneller werden und dadurch ist es schwieriger, neue Leute onzuborden. Also wenn jemand neu anfängt und der dann eben ein Projekt von sechs Monaten, wo irgendwie dann er oder sie die zweite Person ist, mit draufläuft, ist schwierig. Dann wenn du nicht so viel, als wenn du Quereinsteiger bist. Und aber, um deine Frage zu beantworten, also natürlich, die Deutsche Bahn ist wahrscheinlich in absoluten Zahlen mehr vom Fachkräftemang betroffen als die meisten anderen Unternehmen, einfach ein Punkt der Größe. Und umgekehrt hat die Deutsche Bahn natürlich gewisse Probleme nicht, die kleinere Unternehmen haben. Also wir kriegen auch sehr viel, zumindest meine Information, ich bin ja kein Recruiter, insgesamt sehr viele Bewerbungen, haben aber auch natürlich sehr viele Stellen offen. Und durch die Bekanntheit der Marke bekommst du natürlich auch sehr, sehr viele Bewerbungen, die nicht ganz so gut aufs Profil dann passen. Wir haben das Thema gerade bei der DB Süstel massiv, wir haben es bei uns im Thema 1-Umfeld auch, die Frage wirklich, wie findest du einerseits Leute, die dir schnell helfen, weil eben auch viele Projekte, kurze Projekte, die wirklich intensiv, sagen wir mal, nennen wir sie intensive Projekte und gleichzeitig musst du eigentlich die Leute Zeit nehmen und die Leute ausbilden und das alles noch in einem, wir hatten es im Vorgespräch, in einem Remote Setting. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist eine Herausforderung für alle Unternehmen, egal wie groß oder klein. Und umgekehrt kannst du das aber auch nicht alles dadurch heilen, dass du den Schritt zurück gehst, weil wenn du sagst, wir stellen ein, aber nur, wenn ihr dreimal die Woche ins Büro kommt oder fünfmal die Woche, dann kriegst du halt keine Bewerber. Also wenn ich bei uns ins Team gucke, wir haben jetzt in Frankfurt alle zwei Wochen so einen Office-Tag, quasi einen freiwilligen Office-Tag, wo dann die kommen, die gerade Zeit haben und von denen, die theoretisch Frankfurt zugeordnet sind, da kommt, sagen wir mal, nicht mal die Hälfte regelmäßig, weil es halt auch einfach eine unendliche Anzahl von Gründen, aber es gibt halt den Weg zurück ins reine Präsenz, den versuchen gerade viele Unternehmen, aber die, die es versuchen, werden auch die Quittung bekommen. Die Süstel macht es bewusst nicht, die Deutsche Bahn hat es ja bewusst auch nicht gemacht mit ihren Wo-du-Willst-Jobs zum Beispiel, geht da entsprechend ganz massiv in dieses Thema rein, die Leute da abzuholen, wo sie sind und nicht zu zwingen, in ein Büro zu kommen wie früher, damit du die Leute überhaupt bekommst, weil es ist sonst ja immer noch zusätzlich schwierig genug, die Leute zu finden. Ja, ich bin geteilter Meinung, also ich, einerseits ja, es hat sich viel verändert, man versucht ja wirklich sein Privatleben, also man muss ja auch mal nochmal unterscheiden, wir haben die etwas jüngere Generation, die jetzt ein bisschen mehr auch Work-Life-Balance wertlegt, ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich finde auch unsere Generation, wir haben Kids, das ist eine Herausforderung geworden, Kinderbetreuung, also mal eben einen OGS-Platz zu bekommen, ist auch nicht mehr so ohne weiteres oder den Luxus vielleicht zu haben, dass dann vielleicht der Partner zu Hause bleiben kann und die Kinder betreut, da gibt es ja viele Facetten und für die Personengruppen, finde ich, macht das absolut Sinn und muss man auch berücksichtigen. Komplett, aber Homeoffice finde ich schwierig, also gerade in gewissen Situationen, weil Kommunikation, wir sehen uns ja gerade auch nur über Bild und Ton, wenn irgendwelche Konflikte sind. Ich kann kaum was lesen, also ich weiß, was ich meine, das ist einfacher, wenn ich mal hier reinkomme und sehe schon jemanden am Schreibtisch sitzen, erkenne schon, ist da irgendwas. Das kann ich nicht immer erkennen, ich klinge bei Teams durch, zack, habe ich eine Person und erwische ihn vielleicht auf einen schlechten Moment, also ich habe da auch noch kein Patentrezept, also wir fahren eine Mischung, sagen aber jetzt nicht komplett und gucken aber auch nochmal, in welchem Bereich, also zum Beispiel den Vertrieb, würden wir nicht komplett im Homeoffice lassen, also der kriegt vielleicht maximal einen Tag in der Woche, weil das nicht funktioniert, weil alleine zu Hause Vertrieb zu machen, ist echt schwierig. Bei den IT-Leuten klappt das gut, Konzeption oder wirklich mal in Ruhe zu arbeiten, nachzudenken, perfekt, aber wenn du zum Beispiel gemeinsam an so einem Projekt bist, wo du auch zuarbeiten musst, dann ist das wiederum cool, wenn man zusammen ist. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt, es kommt auf die Arbeit an, also ich glaube, was zum Beispiel im Homeoffice viel, viel besser geht, ist Deep Work, also wenn du dich wirklich konzentriert an irgendwas arbeiten musst, wenn du das Setup dir zu Hause herrichten kannst dafür, wenn du natürlich das einfach auf der Couch machen musst, im Wohnzimmer wären drei schreiende Kinder um dich rumrennen und die Frau oder der Mann nicht rumrennen, ist das schwierig, aber wenn du halt einen entsprechenden ruhigen Arbeitsplatz hast, geht das besser, weil du wenige Ablenkungen haben kannst, oder auch, weil du dir das eben flexibler einteilen kannst, auf den Zeitpunkt, wo es gerade passt, vielleicht ist mittags um zwei dein Kopf leer, aber abends um fünf, sechs, hast du gerade so einen Moment der Klarheit, wo du sagst, okay, jetzt läuft es gerade, das ist ja immer so, und das ist natürlich, das geht natürlich auch nur mit einem Homeoffice Setup, also weil, du besitzt ja nicht drei Stunden Däumchen dreh, mit im Büro, um dann danach nochmal drei Stunden vollproduktiv zu arbeiten, das funktioniert dann im Homeoffice, wo du sagst, drei Stunden mache ich jetzt, keine Ahnung, gehe ich spazieren, mache meine Einkäufe, treffe mich auf einen Kaffee mit jemandem und setze mich dann abends nochmal hin und habe dann aber genau das, habe mir in drei Stunden mehr geschafft, als davor in drei Tagen. Natürlich alles, was so in Richtung Kommunikation geht, alles, was so in Richtung Austausch geht, auch gerade Konflikte, wir sind bei uns zum Beispiel inzwischen innerhalb von drei Jahren, von dreieinhalb Jahren von acht auf 36 Leute. Das ist ja eine Hauskammer und die müssen sich kennenlernen. Ja, das ist eine wirkliche Herausforderung, weil umgekehrt, selbst in Vor-Corona-Zeiten, man abgesehen davon, dass die in ganz Deutschland sitzen, ist es schon schwierig genug, 36 Leute an einen Tisch zu bekommen, also einfach, also in irgendeiner Form, die überhaupt zusammenzubringen. Das ist ja schon schwierig genug, die zusammenzubringen für einen virtuellen Termin, aufgrund des Heterogenen, wenn du 25 Projekte hast, die sich irgendwie 36 Leute teilen, plus noch unterschiedlichste Abstimmungen, da kriegst du die Leute ja, du kriegst sie ja nicht an einen Tisch und das ist wirklich auch eine Herausforderung, durch das Homeoffice auch die Erwartungshaltung, die bei Kunden entstanden ist. Also als ich damit angefangen fuhr, ich war beim Kunden vor Ort, da war ich bei dem Kunden, da waren alle Meetings, an dem Tag, als ich vor Ort war. Das ist ja heute auch nicht mehr so. Genau, ich kenne es auch noch, man war vor Ort, also dann auch vielleicht über mehrere Monate hinweg, hat im Hotel dann gewohnt. Das ist ja Gott sei Dank auch nicht mehr so. Also ich freue mich da immer wieder drauf, wenn wir Kunden besuchen dürfen, aber dann ist das meistens immer ein Tag oder maximal zwei Tage. Genau, ein bisschen Meet and Greet halt. Ja, genau. Es ist auch wichtig, dass man sich da nochmal wieder persönlich kennenlernt und nicht jetzt nur virtuell, aber ich glaube trotzdem, dass das in den nächsten Jahren für die Unternehmen wirklich eine Herausforderung sein wird und auch bleibt, insbesondere für die ganz jungen Leute, die jetzt reinkommen. Und das ist schwierig, weil... Das wollte ich auch sagen, ja. Ja, du hast ja am Anfang im Vorgespräch erwähnt, wenn Azubis bei euch reinkommen, wie nimmt man die mit auf der Reise? Ja, das ist ganz schwierig, das ist ganz schwierig. Da natürlich nochmal mehr, weil durch das, wie die Ausbildung konzipiert ist, dass die halt darauf konzipiert ist, dass die immer blockweise sechs Wochen da, sechs Wochen weg, ist sowieso schon immer schwierig gewesen und dann mit dem Weiterwandern, weil du halt natürlich auch generell heute viel digitaler unterwegs bist. Also das heißt, es gibt auch viel weniger, die können sich neben dich setzen, auf deinen Bildschirm gucken, du kannst natürlich einen Teams-Call mit denen aufmachen und dir dabei zugucken lassen, aber das ist... Das ist nicht dasselbe, wie wenn man die Leute dann früher irgendwo mit... durchs Büro genommen hat, weil man irgendwo hingegangen ist und sowas, ne? Das ist schwierig oder ganz... Oder natürlich auch früher, wenn du beim Kunden im Hotel warst. Also das meiste habe ich in meinen Anfangsjahren gelernt, wenn ich abends mit den erfahreneren Kolleginnen und Kollegen abends noch beim Bier oder beim... Ja, dann wurde aus dem Nähkästchen geplaudert, die Geschichten erzählt und auf der Seite hat man ja auch die Thematik viel, viel besser kennengelernt. Man hat es nochmal rekapituliert, was man so gemacht hat, sodass das ist heute, weil auch wieder, da schließt sich der Kreis wieder mit den Projekten. Die Projekte sind halt viel kürzer gestattet, da ist viel weniger Raum, um sich die Zeit dafür zu nehmen, den Leuten nochmal was zu erklären. Weil auch wiederum das Ganze so extrem komprimiert ist. Früher warst du beim Kunden, da warst du acht Stunden am Tag beim Kunden. Da war zwischendrin irgendwie zwei Stunden ein bisschen Leerlauf. Da war Zeit zwischen zwei Meetings, da hat man ein bisschen was gemacht, hat aber auch die Zeit gehabt, den Leuten was zu zeigen. Heute ist es ja so, indem du zwei Stunden Leerlauf zwischendrin hast, musst du ja froh sein, wenn du nicht ein Meeting mit dem anderen Kunden reinkommst. Ja, das stimmt. Das ist ja auch was wir am Anfang diskutiert haben. Du machst jetzt mehr, also Projekte gleichzeitig. Ja. So, und das gab es früher nicht. Vorher warst du bei einem Kunden und hast beim Kunden deine Arbeit gemacht. Ja, es sei denn, wenn es mal völlig eskaliert ist, dann hast du natürlich mal, aber das war die Ausnahme. Ja. Vielleicht mal die Frage zum Schluss. Was glaubst du für, welche Qualifikation, also spezifischen Qualifikationen, Fähigkeiten sind denn jetzt genau in unserem Bereich gefragt? Also im Gegensatz zu früher. Was würdest du sagen, oder was müssten die Leute mitbringen? Das ist die große Frage, die ich mir immer wieder stelle. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe Geschichte studiert. Ich bin ja direkt von, nach dem Abschluss meines Studiums in diese BI-Sache so reingerutscht. Ich war jung und brauchte das Geld. Und so jemand wie mich würde ich heute eigentlich nicht einstellen. Aber ich würde gerne so jemand wie mich, also ich würde gerne so jemand wie mich einstellen, weil ich habe es ja irgendwie zumindest geschafft, mich durchzuwurschen die letzten zehn Jahre. Aber das war nicht mein Studium. Also ich weiß nicht, was an meinem Lebenslauf ist. Wie man rausfindet, ist das jetzt jemand, der das halt lernen kann? Oder nicht? Weil das ist, glaube ich, das entscheidende Skill. Die Leute müssen das, müssen adaptieren können, müssen lernen können, müssen eben diese berühmte Transferleistung erbringen. Die müssen hier eine Lösung, irgendwas mal sehen. Und das, egal, ob das jetzt eine andere Software ist oder keine Ahnung, statt Finance eben HR-Bereich. Oder statt, keine Ahnung, mittelständischer Reifenhersteller, keine Ahnung, DAX-Konzern. Die musst du eben diese Transferleistung erbringen. Das ist, wenn du das gut kannst, dann schaffst du das in dieser Branche. Ich habe nur keine, echt keine Ahnung, wie man das sinnvoll erkennt. Ich weiß nicht, weil gleichzeitig haben wir auch einen Arbeitnehmermarkt. Das heißt, du musst ja auch schnell sein. Du kannst ja nicht sagen, also wir machen jetzt hier erstmal so einen siebenstufigen Bewerbungsprozess. Nee, das ist ja nicht. Also wo du sagst, machen wir mal einen Tag, machen wir mal einen Tag Assessment vor Ort. Da sind ja alle Vogel. Nee, also kann ich mal kurz eine Anekdote. Wir sind ja gerade auch dabei, neue Mitarbeiter zu suchen in mehreren Bereichen und haben eine Agentur mit beauftragt und dann haben die einen Funnel, also nennt man das also einen Webseiten-Funnel, der so kommt, also nicht komplex, aber der umfangreich war, also mit vier Seiten und jeden Tag hast du eine E-Mail gekriegt zur nächsten Seite und man sollte sich die Videos anschauen. Und ganz zum Schluss, am vierten Tag, hätte man dann anschließend einen Lebenslauf noch hochladen sollen und ein Video. Und wir haben so gemerkt, hey, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, wer macht das denn? Also wir hatten einen Grund, warum wir gesagt haben, wir setzen es um, weil wir bestimmte Leute nicht haben wollen, aber zum Schluss, dieser Prozess und der Weg dorthin, das schreckt eher ab. Jetzt haben wir alles über den Haufen geschmissen, haben da locker schon einen halben Monat investiert an Arbeit, haben jetzt einen Webseiten-Bilder genommen, der rein auf Mobile ausgerichtet ist, komplett, und schalten jetzt weiter Facebook- und Instagram-Werbung dafür, aber du kannst dich quasi mit einem Daumen bewerben. Das heißt, wir haben so ein Quiz entwickelt, wo der potenzielle Bewerber einfach durchklicken kann und wir haben so Entscheidungswäume, aber so spielerisch, dass du innerhalb von zwei Minuten dich beworben hast. Ja, das ist ja genau, da geht auch der Trend hin, und da gibt es ja die, also bei der Bahn ist inzwischen noch so, du kannst dich, glaube ich, inzwischen sogar per WhatsApp, also per Chatbot kannst dich auf jeden Fall bewerben. Und dann seid ihr noch schneller als wieder, krass. Ja, also das ist dann auch wieder je nach Stelle unterschiedlich. Also für Ausbildung, glaube ich, kommst du wirklich mit ein paar, mit fünf oder zehn Fragen, bist du durch. Weil was willst du auch bei Auszubildenden, wenn wir mal jetzt gar nicht abwerten, aber einfach, was willst du da viel abfragen? Da ist halt, ja, das ist ja am Beginn des Berufslebens. Da gibt es nicht so viel, was du da als Filterkriterien rannehmen kannst. Wenn du jetzt natürlich irgendeine Seniorstelle hast, da gibt es natürlich dann schon noch, dass du den Lebenslauf hochladen musst, aber da gibt es auch wirklich, wie kann man die Klicks minimieren, um das möglichst die Leute da schnell ranzuholen. Und wir versuchen das auch bei uns zum Beispiel, wir haben, also wir anschreiben sowieso nicht, also gehört sich bei uns. Ja, das machen die meisten. Schmeißen mal kurz Chat-JPT an und schreib mir mal eben das anschreiben, das bringt ja auch nichts. Der Lebenslauf ist interessant, einfach mal grundsätzlich, damit man einfach aber gar nicht um die Leute daran groß, also ich gehe davon aus, jeder, der sich bewirbt, hat grundsätzlich Interesse an dem Job und hat auch gewisse Skills, aber einfach, dass man mal, das ist wie so ein Gesprächsleitfaden nehme ich sich das immer. So einfach mal ein bisschen was, wo kann man mal die Leute, weil das ist das Einzige, was wirklich hilft, sind Gespräche, und dann machen wir das bei uns natürlich so, wir machen ein Vorgespräch, das macht dann meistens ich oder ein Kollege, wo wir einfach mal schnell die Rahmenbedingungen eben abklären, weil da einfach, da gibt es einfach ja auch, die Gehaltsspanne zum Beispiel ist ja bei uns inzwischen so groß in der BI-Branche, dass da kommst du nicht her, dass man so ein paar Rahmenbedingungen abklärt, was auch so ein paar Rahmenbedingungen, wie du bei uns in den Konzern reinkommst, dass das abgeklärt ist, und dann machen wir möglichst zeitnah, dass die Leute ein Feedback bekommen und dass sie dann wirklich nach wenigen Tagen ein Erstgespräch haben, wo dann wirklich drei, vier Leute aus dem Team sich eine Stunde Zeit nehmen und mit der Person einfach sprechen, Fragen beantworten, Fragen stellen und wirklich versuchen, so sich einen Eindruck zu verschaffen, und dann sind wir eigentlich fast schon durch, dann gibt es noch das Zweitgespräch mit HR und wo dann eben nochmal das ganze Organisatorische abgeklopft wird, wo das Gehalt nochmal finalisiert wird und alles, um das wirklich möglichst kurz zu halten. Und trotzdem springen auch da schon Leute ab, weil ihnen das zu lange dauert. Ja, aber das ist die Gefahr, finde ich, wenn man das so öffnet, auch wie wir das jetzt machen, dass du natürlich Bewerbereien spülst, die vielleicht gar keine Interessen nur machen. Also das kostet dann wiederum auch auf Unternehmensseite noch mehr Zeit. So, und das muss man auch nochmal berücksichtigen. Klar, ihr habt eine Personalabteilung, aber trotz auch die hat nur begrenzte Zeit und die müssen... Ja, bei uns, das ist vielleicht auch bei uns, das ist sehr viel in den Teams auch, weil einfach genau auch deswegen gesagt wird, was soll denn ein Personaler, ein Personaler, was sollen die denn da groß vorfüllen, die können sich den Lebenslauf angucken, der ist in der IT sowieso. Sehr viel Transferleistung, auch so, okay, der hat das gemacht, das könnte bedeuten, dass er das kann, ja, oder der hat das hingeschrieben, bei uns im Fall, der hat dann, steht da ein Kognos drin, denkst du, liest den Lebenslauf, der meint eigentlich Thema 1, also, das geht sehr schnell an die Teams, aber wir hatten genau das Thema, wir hatten mal eine Talente-Stelle ausgeschrieben, also für wirklich neue Leute und hatten die extrem offen gestaltet, weil wir einfach, dann hatten wir sehr, sehr viele Bewerbungen, aber eben auch sehr, sehr viele, wo es halt wirklich nicht gepasst hat. Da wurde von so den Lebenslauf gelesen, das, okay, schwierig, also du musst, es ist so ein Drahtzeilakt, du musst einerseits spezifisch genug sein und andererseits offen genug und dann musst du irgendwie dann in, damit du erstmal die Leute reinbekommst, was ja bei unserem Umfeld mit BI sowieso schwierig genug ist, weil das ist ja so ein bisschen, hat immer so einen angestaubten Look, ist ja nicht KI dabei. Ja, das stimmt auch wieder, das ist dann auch nicht sexy genug, das ganze Thema. Ja, ist wirklich so, das Problem hatten wir jetzt zum Beispiel mit Praktikanten schon sehr oft, die dann direkt von der, oder PraktikantInnen, die direkt von der Uni kamen, die wollten halt für ein Praktikum erstmal KI machen, Machine Learning, Deep Learning. Die wollen dann nicht, ja, ja. Das ist ja auch nicht verübeln, das wird ja auch in den Medien gerade gepusht, das Thema. Ja. Und das da unter der Haube genau unser Thema steckt, das ist halt wie, das ist dann, was ich den Leuten auch immer im Gespräch dann erkläre, das ist dann, wo ich immer sage, hier bei uns lernst du gutes, solides Handwerkszeug, was dich genau darauf vorbereitet. Genau, finde ich auch, das ist, also das kann man, also kann man ja wirklich auch mitgeben, wenn jemand hört und sich in den Bereich rein entwickeln will, das ist eigentlich die Basis, also eine gute Ausgangsbasis, um später auch das KI-Thema zu bearbeiten, das sagt man auch sehr, sehr häufig. Was wollte ich in der Vorheit eigentlich sagen? Ich weiß es gar nicht mehr. Hab ich dich unterbrochen, das war... Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, also es ist genau, es ist ein Drahtseillack, das wollte ich sagen, es ist ein Drahtseillack, also du musst irgendwie genug Leute reinbekommen, damit du eine Auswahl hast, damit du nicht jeden nehmen musst und gleichzeitig auch nicht zu viele, weil das auch, die da dich selber einfach Zeit kostet und ja. Ja, also wie gesagt, wir starten jetzt auch in so einem Funnel, ich bin auch sehr gespannt, hoffen, aber was wir machen durch dieses Quiz, das ist dann eher etwas spielerisch, dass wir da ein bisschen vorqualifizieren. Ich glaube, die Idee klaue ich auch, finde ich gut. Ja, dafür ist der Podcast ja auch da, da sollen sich andere ja auch also einige Impulse auch holen, also ich hätte ja auch im Vorgespräch angekündigt, dass wir die Stellen jetzt veröffentlichen und wir haben unseren Podcast dafür verwendet und jetzt kommen die Folgen auch und da werden wir auch berichten, was da zum Teil gemacht wird, das heißt, da könnten Marktbegleiter oder Sonstige jetzt auch reingucken und sagen, ja gut, wie macht die Bimano das? Klar, nicht jetzt im Detail, aber so ein paar Ideen haben wir halt schon offengelegt, also es geht ja gar nicht anders. Also wenn wir nicht transparent sind und sagen, was macht die Person denn bei uns? Also eine Stellenanzeige zu schreiben, kann jeder, aber mal wirklich aus dem Bauch heraus, also zu sagen, hey, wir sitzen hier mal und machen uns mal Gedanken und wir sprechen mal so, wie die Stelle tatsächlich auch ist und wir haben das dann zu zweit gemacht und ein Beispiel war dann auch das, der Michael zu mir gesagt hat, ja, wofür willst du denn jetzt eine Assistentenstelle hier haben? Also, der betreut den IT-Bereich. Ja klar, du hast ja nur momentan die IT-Brille auf und deine Projekte, aber da mal zu diskutieren und mal aufzumachen, was da eigentlich hinter steckt und das ist auch noch mal ein anderes Vorgehen. Also ich habe kein Unternehmen gesehen, was irgendwie mal die Stellen per Podcast offenlegt und gut ist ja auch noch, ich kann ja feststellen, ob die Jungs mir gefallen oder auch nicht, ob mir die Nasen passen und da ist das glaube ich vielleicht auch mal ein Testballon, den wir da fahren. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Christoph, wir sind super in die Themen reingekommen, also waren ja wirklich dicke Klopper dabei und man merkt ja, wir könnten ja weitermachen. Eigentlich wäre ja eine Überschrift schon für sich ein Podcast gewesen. Also ich muss mich an dieser Stelle echt ganz herzlich bedanken, dass du dir noch mal die Zeit für uns genommen hast und ich würde noch mal in den Shownotes dich verlinken. Du bist auf LinkedIn auch immer sehr aktiv ich glaube, da ist doch nichts dagegen. Das Bark-Thema, wenn du mir den Link zusendest, dann packen wir den auch noch mal rein und dann hätten wir, glaube ich, das für diese Folge. Ja, auf jeden Fall. Also ich komme auch gerne noch mal wieder, falls ihr Reaktionen bekommt, dass eines der Themen noch ausführlicher diskutiert wird, heute komme ich gerne noch mal wieder. Dankeschön, das wird sicherlich der Fall sein, also es macht auch immer sehr viel Spaß mit dir zu diskutieren auf der Basis. War natürlich jetzt... Im Moment gebe ich gerne zurück. Ja, danke. Aber das kriegen wir hin. Also, wie gesagt, Impulse immer gerne und Kommentare auch. Und wenn wir noch mal merken, dass es noch mal eine Thematik, die euch beschäftigt, dann wäre das, glaube ich, auch noch mal eine schöne Diskussion wieder. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine schöne Woche und dann hören wir uns schon beim nächsten Mal. Jetzt schnell noch abspeichern und dann direkt mehr Wissens-Chat zu finden. Gemeinsam mit den Datenexperten Sven Göllner und Michael Jungschläger in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, der Podcast. Warum Datenstrategie den Unternehmenserfolg steigert. Mit einem Klick abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Amen. Beide Sie Sie in der nächsten Folge von Wertgeschätzt, bei Wertgeschätzt, .